Die Firma Thomas Becker beschäftigt sich seit Generationen mit der Umsetzung von Kundenwünschen, die ihre Familienwappen oder Zeichen in herkömmlicher Handgravur von einem Graveur hergestellt haben wollen. Hier zum Beispiel wird die Herstellung eines Wappens, das in einem Ring Platz finden soll, in traditioneller Handarbeit mit einem diamantbesetzten Werkzeug durchgeführt. Mit der Erfahrung des Meisters entsteht unter seinen prüfenden Augen ein Siegelring, der dem Original zu 100% entspricht. Das Trägermaterial entsteht in Zusammenarbeit mit dem Steinschleifer, Fasser und Goldschmied. Von der Wappengravur wird ein Siegelabdruck gefertigt, der dem Kunden die Arbeit als Relief zeigt. Weitere Gravuren können danach gefertigt werden und damit ist gewährleistet, dass etwaige Nachbestellungen reibungslos und rasch erfüllt werden können. Ringe mit Wappen sind eine besondere Form des Schmucks und spielen in der Geschichte der Menschen im traditionellen Bewusstsein immer noch eine große Rolle. Die Firma Thomas Becker steht für Erfahrung und Tradition. Ringe mit Wappen siet ihr Whoan. K— Fass,